Das ist immer das leidige Thema in den sozialen Medien. Mich verfolgt dieses Thema seit 2005, also jetzt schon bald seit 16 Jahren, seitdem ich in den sozialen Medien aktiv bin, einfach, ich sag mal, sich selbst treu bleiben versus ein bisschen was spielen, ein bisschen mitspielen, ein bisschen auf Züge aufspringen und so weiter, um dann damit Social Media Erfolg einzufahren. Und jetzt muss ich natürlich auch zugeben, dass das ja auch funktioniert, wenn man auf diese Züge aufspringt. Es gibt da eben so ein paar Parameter, wenn du die in den sozialen Medien, ja, wenn du da mitspielst, dann funktioniert das halt für dich halt nochmal doppelt bis dreimal so gut. Und das ist eben ein Thema, was mich schon lange verfolgt und wo auch immer viele mit mir schimpfen. Also viele Experten sagen, Julian, du machst da nichts draus. Das kann doch nicht wahr sein. Du machst da nichts draus. Du hättest so viel Potenzial da und dies und das abgreifen und da machen und bla bla bla. Und dann denke ich immer so, ich verstehe euch ja auch alle. Das ist ja auch alles richtig, was ihr da sagt. Natürlich kann man mit einigen Mechanismen und Prinzipien und dit, 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 kann man natürlich eben noch viel mehr auf Social Media erreichen. Man kann sehr, sehr viel da machen. Und man kann damit auch Geld verdienen und man kann da Sachen erreichen. Und das ist alles korrekt. Aber du musst dir halt immer die Frage stellen, welchen Preis bezahle ich dann dafür? Also, so wie ich damals Bushido gefragt habe, wie ist das mit deiner Musik? Die läuft ja eigentlich gar nicht so oft im Radio. So richtige Kommerzmusik ist das ja eigentlich gar nicht. Sagt er, ja, ist halt so. Das sind halt die Millionen, die ich bereit bin zu bezahlen, damit ich so bleiben kann, wie ich bin. Und meine Kunst so umsetzen kann, wie ich das gerne möchte. Und dafür verzichte ich dann sozusagen auch auf ein Stück Erfolg, in Anführungsstrichen. Und das ist eine ganz, ganz interessante Aussage. Und das ist etwas, womit ich mich gut identifizieren kann. Dass ich Dinge mache, die ich vertreten kann. Und Dinge nicht mache, wo ich sage, das will ich einfach nicht. Das bin ich einfach nicht. Also, natürlich muss man Nuancen irgendwie, also, ich will nicht sagen, man soll ein Dinosaurier sein. Das meine ich damit nicht. Also, es soll natürlich alles modern und zeitgemäß und adäquat sein. Das ist gar keine Frage. Aber trotzdem muss ich mich da zumindest bei meinen Kanälen, ja, ich will jetzt nicht für Erfolg Magazin und für Wirtschaft TV und für die anderen, will ich jetzt nicht sprechen. Weil wir da natürlich als Markenaccounts auch ganz andere Trends mitspielen, die ich persönlich auf Julian-Buckhaus-Accounts nie machen würde oder nicht machen würde oder nicht machen will. Und ich habe jetzt über einige Monate so eine der besten YouTube-Expertinnen mal so engagiert, um herauszufinden, was könnte man noch verbessern. Und da sagt sie ganz viel, ja, da können wir, das ist ja eine Spielvidee, da können wir ja richtig was machen. So, und dann sagte ich, ja gut, aber das sagst du nur so lange, bis du mir sozusagen den Fragenkatalog schickst. Und ich sage, nein, 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 nein. Und natürlich schimpfte sie genauso wie alle anderen mit mir, da sagt sie, du musst Reaction-Videos machen. Das läuft, das funktioniert. Also, das ist einfach irgendwie da vorm Bildschirm sitzen und auf irgendwelche Sachen reagieren. Und ich sage, ja, aber das will ich aber nicht. Ja, aber, 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 ja, da, 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 da. Ich sage, ja, hast du alles recht. Das mache ich aber trotzdem nicht. So, nicht? Also, es ist, ich kann gerne mal irgendwie, wenn ich einen Zeitungsartikel gelesen habe, kann ich darüber sprechen. Das ist ja in Ordnung. Aber, aber ich produziere da jetzt nichts. Ich will zum Beispiel bei diesem Daily, ich will da nichts produzieren und will da jetzt nicht irgendwie auf irgendeinen Zug aufspringen. Weil ich bin das, ich bin das einfach nicht. Und ich will das auch nicht sein. Ja, okay, aber mal ein bisschen auf andere Leute draufhauen. Gut, das hat sie jetzt nicht explizit gesagt, aber es funktioniert natürlich gut. Also, sich über jemanden aufregen und den so ein bisschen durch den Kakao ziehen und all solche Sachen. Und da sage ich, das mache ich auch nicht. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich bin gerne dabei, mal irgendwie eine politische Richtung zu kritisieren oder irgend sowas. Das kann ich gerne mal machen. Und mich vielleicht über Bewegungen oder Gruppen oder irgend sowas mal auslassen. Klar, das kann man alles machen. Aber ich werde nicht auf irgendeine Person draufhauen und irgendwie mich im Internet über die lustig machen oder so. Das ist einfach auch nicht mein Ding. Es funktioniert wirklich gut. Du kannst dir im Internet ja alle angucken und wer sowas macht, der hat damit Erfolg, sozusagen. Aufmerksamkeit bringt das. Aber ich will mir sozusagen diese Aufmerksamkeit nicht so einkaufen. Das ist mir einfach zu sehr untere Schublade. Für mich. Für andere mag das anders sein, aber ich will das nicht. Und dann gibt es so viel und mal so ein Gesicht machen und all sowas und irgendwie einen Hut aufsetzen. Und was weiß ich, was man da alles machen soll. Aber auch das will ich nicht machen. Weil ich mich damit einfach dann nicht wohlfühle. Und selbst wenn man dann 100 Kommentare da kriegt und was weiß ich denn was. Oder wenn man versucht, die Community mit einzubinden. Wenn man sagt, hey Freunde, und wie geht es bei euch gerade? Erzählt mir mal, was denkt ihr darüber? Schreibt es mal in die Kommentare. Es gibt eine große Gruppe von Menschen, die auf solche Anweisungen reagieren. Und das tun, weil sie dir gefallen wollen. Aber auch das ist nicht. Die Follower können ja woanders Spaß haben, aber nicht auf meinem Kanal irgendwie. Das ist leider nicht das, was ich anbieten will. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich will präsent sein. Ich will auch meine Botschaft raushauen. Das ist alles keine Frage. Und ich freue mich auch, wenn ich Speaker-Anfragen kriege. Und es wird ja auch alles gut bezahlt. Das macht ihr auch. Das ist ja alles super. Aber ich will es nicht auf Krampf und Teufel komm raus da irgendwie provozieren und mich da zum Heini machen, um dann da Kommentare zu kriegen und dies und das und jenes und so weiter und so fort. Ich sehe das ja manchmal. Ich meine, unter meinem typischen Posting ist nichts los. Überhaupt nichts los. Da musste ich mir auch schon sonst was anhören. Ja, gekauft, verloren und so weiter. Das ist das Einzige, was ich noch nie gemacht habe. Alles andere habe ich schon mal gemacht. So, aber ich sehe das ja, wenn ich dann am Wochenende zum Beispiel mache ich das manchmal. Wir machen ja auf meinem Kanal zum Beispiel Montag bis Freitag. Ist Programm. Montag bis Freitag ist Programm. Jeden Tag drei Sachen. Alleine das ist schon dumm, in Anführungsstrichen, weil ich drei Sachen am Tag poste. Wenn ich nur eine Sache poste, würde ich die ganzen Kommentare und Likes auf einen Posting kriegen. Das wäre natürlich auch noch ein bisschen besser. Jedenfalls, ich merke das ja manchmal am Wochenende. Wenn ich am Wochenende einfach mal in den Feed irgendwas reinposte, was mir gerade so aufgefallen ist oder wie auch immer. Oder irgendein Bild oder keine Ahnung. Und das ist halt irgendwas Besonderes, irgendwas Spezielles, irgendwas Außergewöhnliches, mal so ein, keine Ahnung. Kann ich gerade nicht gut beschreiben. Dann ist da ja wahnsinnig was drunter los. Dann kommen da hunderte von Kommentaren und tausende von Likes und all solchen. Und montags archiviere ich das dann wieder, damit unsere Reihenfolge, unser Raster wieder passt auf dem Kanal. Da bin ich dann irgendwie, keine Ahnung. Das habe ich mir mal einmal sagen lassen. Du musst da so eine Reihenfolge machen. Macht man heute eigentlich gar nicht mehr. Da bin ich dann irgendwie doch schon Dinosaurier. Das haben wir doch noch beibehalten. Und dann archiviere ich den wieder. Und wo, ja, aber, nee. Also von daher, das ist generell etwas, wo ich einfach gewisse Regeln nicht mitmache und nicht mitspiele und nicht reakte und nicht drauf haue und nicht dies und nicht das und keinen Hut. Und das mache ich halt nicht. So, und dafür muss ich auch einen Preis bezahlen. Das bekomme ich dann halt nicht diese ganze, keine Ahnung, Aufmerksamkeit dafür. Kann ich aber gut mit schlafen, muss ich sagen. Dann bin ich da lieber authentisch und sage, ich bleibe bei dem, was ich vertreten kann, wo ich Spaß dran habe, was ich gut finde, was ich auch richtig finde. Und alles andere können andere machen. So sieht das aus. So, Vielen Dank.